Herzlich Willkommen zu der Folge auf der Team Todays 2D. Ein neues Let's Play. Ich werde mal schauen, was ich überleben werde. Sieht nicht so gut aus, aber es ist unser Bestes. Ich habe ein bisschen Wies geschaut, auch über das Ziel, was man noch alles machen kann. Ich werde mal um die schöne Allee schon gewachsen teilweise. Gut, wir können nicht viel sehen. Wir werden gucken, ob wir in den Häusern was finden, was man noch gebrauchen kann, an Wertsachen. Hauptsache wir finden jetzt keine Zombies hier. Ansonsten schauen, was wir verwenden können. Wieder viele Verwertungen von Rohstoffen, um was bauen zu können. Brautendliche Teile, Ressourcen, die Eisenbahn. Soll ich brauchen eine Motivation? Haben wir es heute nicht? Oder zu wenig? Ich höre die Puste aus. Gut. Schauen wir hier, ob wir etwas vergessen haben. Ja. Leider kein... Ich müsste mir ein paar Sachen besorgen, wie Picke und sowas. Genau. Oh! Ein Rezept Und dafür gibt man Rohre zu holen. Rohre, die kann man gebrauchen. Übersehen, niste? Honig So Haben wir noch einen Keller? Ich glaube schon. Oh, hier war kein Keller. Oh, hier war kein Keller. Macht nix. Ah. Nix dahinter. Dann gehen wir gleich im Nachbarhaus, um da zu finden. Und um den Traum auszuwinden. Und da kommt so ein Trauma, wenn man gestorben ist. Dann machen wir mal eine Weile Na, das machen wir nicht kaputt. Mal den Traum schonen, ne? Hier habt ihr die Bäume gepflanzt. Und jetzt keine Zombies aufzuhören. So, gehen wir hier rein. Ja, die Basis ausbauen ist auch mal wichtig. Okay. Okay. Oh. Hab ich die vergessen gehabt. Muss ja. Muss ja. Dann machen wir mal. Denn wir brauchen spezielle Munition. Schießprobe, Patronen, Hösischforspitze. Ah. Hier kann man was herstellen. Hier. Die I. Karte. Karte. Da ist Mine. Aus. Zelt. Keine Ahnung. Das ist nicht richtig. Denn da kann man einiges herstellen, ne? Redezoom. Of. Schau mal, wie ich in der Tat habe. Die Munition ist gut. Das ist meine Pistole. Die habe ich im Waffenschrank. Ah. Schale und Paschinen. Paschinen sind gut. Lagerfeuer ist klar. Getränkeschrank. Heubeln. Metall. Klamotten. Klamotten. Waffenmehrgut. Pistole. Klamotten. Hier ist die Pistole. Muss ich noch lernen. Tja, dann wisst ihr, was ich machen muss. Da war ich doch Schlampe in Anführungszeichen. Dann gehen wir rüber ins Haus und gucken mal, ob er irgendwas herstellen kann. Beziehungsweise. Schöne Räume, ne? Wenn die mal groß sind, dann kann man sagen, wir haben genug Holz. Schöne Räume, ne? Die müssen wir hören. Schöne Räume, ist das alles wichtig? Die Kisten oben, wo die alle wegnehmen und auch noch hinstellen. Speerspritzen, ja. So, hier habe ich keine Waffe gehabt. Und was auch noch anders schlüstern. Ja, aber wenn mich alles täuscht, ich habe eine gehabt. Jetzt raus. Bei einer guten Kisten hier. So, ein bisschen Geld. Was können wir hier alles reinlegen? Oh, nicht. Das ist gut. Waffen, Munitionen haben wir schon mal gefunden. Das ist gut. Waffen hilft nicht viel. Halt zu Klamotten. Federn. Ach, was haben wir genug, dann wollen wir nicht los. Schießpulver. Ja. Irgendwo hatte ich nur Beziehung gehabt. Beziehungsweise Waffen gehabt. Armbrus. dose getrat flamatten so bürgen dennoch keine wache gehabt keine können jagdgewehr oder gleich wie war man so, die vereinzauberierende Axt, Holz, Schraubfedern, Grüne Rationen nutzen, nutzen, Kaffee, nö, fehlen, also die kann man jedenfalls herstellen wie war so aus, wenn ich mal irgendwas hatte da unten, da unten nehme ich jetzt alles, was ich einschmelzen kann Motor, Federn essen, ein bisschen sortieren, Kleber am unten auch Suppe, Honig, Schrott, Bruchssand, Zement das mal hier Baumwolle das können wir hier auch einpacken Munition, wir haben vier Munition gehabt, aber wir haben die Pistole habe ich keine Stahl haben wir gefunden so gehen wir in den Keller aufräumen Schauen wir mal, was haben wir hier Sport Eisen Angefangen habe ich ja schon mit Munition, Teile herstellen Leben aber was habe ich keine und wenn weiß ich nicht wo die haben wir gehabt ja aber gewähr hier war so wie er hatte brauche ich nicht mehr brauche ich nicht mehr nein, doch vielleicht bauen bauen vielleicht eine Pistole an sich haben wir keine das ist eigentlich unsere Fresskiste und ein Kram drinne Bier macht schubelig im Kopf da sieht man nicht mehr scharf Kleber, Kleber, Kleber aber das ist halt klug hm 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 die biondegger schmerzen mero hm 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 mero 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 einschmerzen also geht noch ein schuss ja ja schauen ob es vorliegen das werden wir mal zerlegen irgendwann im dunkeln und wir Zeit haben so da waren wir da auch hier nochmal nachlupen hier da steht was oah so 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 Das ist auch nichts bei, ne? Bisschen für immer noch. Oh! Eine Handgranate, man lernt. Den wir noch gleich, ne? Ja. 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 schon gelohnt hauptsache keine gäste hier beziehungsweise alte bewohner da fand ich auch leer, treppich teppich alte mikrowelle näher schrank so, gehen wir noch so den Nachbarn rüber ob es da die Aufnahme passt von der Quartier leer leer hier oh leer 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 tausend leeren 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 Alles leer Gehe ich ganz leer Hier ist nichts Oh, wie lecker Okay, gehen wir zum nächsten Nachbarn Garage war noch nicht gewesen Die sind nicht alleine Wir sind nicht alleine Oh, wunderschöne Küste Ja, die wollen wir auch ein, ne? Ja, die wollen wir auch ein, ne? Ja Ja, ne Binde ist gut Naja Besser wie nix Achso Achso Da ist wirklich ein Gewehr mit Munition Genau Genau, was hat uns gefehlen? Eine Waffe Und damit beenden wir euch die Folge Sag mal tschüss und Bye-bye Wink-wink-i Und wir hören uns in der nächsten Folge Und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss